Hallihallo Löhchen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde How to Survive 2 mit dem Christian Angel 3000, dem Assassin Azubi und mir Jackie Epi. Hallo. Ja, jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht genau, was wir heute machen werden, weil eigentlich kein Plan besteht. Vielleicht hat der Herr ja irgendwelche Pläne. Hat er nicht, okay. Mission? Was, Mission? Wann haben wir denn je Missionen gemacht in dem Spiel? Achso. So was macht man doch nicht. Das ist doch so Mainstream. Achso. Ja, das machen doch alle. Oh, eine Wasserplatte. Ähm, ich gucke mal gerade bei Kovac, ob wir hier weitermachen können. Mhm. Nö. Kämpfstufe 31. Können wir also direkt wieder gehen? Ich bin gerade bei jemandem beim Kenji. Mhm. Da können wir auch nichts machen. Kämpfstufe 30. Okay. Ich habe so das Gefühl, wir müssen auf Dauer leider Gottes das Camp erhöhen, auch wenn wir nicht wirklich wollen. Ähm, ich gehe mal zu... Ich gehe mal zu den Brüdern. Mhm. Ich gehe mal zu Kovacs Fans. So. Severus, jetzt beiß sie doch mal. Du bist doch eine Fledermaus. Saug sie aus. Severus. Ich bin auch nur niedlich. Ja, ich... Haben wir das auch geschafft? So. Äh, Tierfreund hat Kovac-Fan am Angebot. Okay. Ich gucke mal bei den Brüdern. Hallo, ich bin farsch abgebogen. Danke. So. Äh, der hat nix... Mal gucken, hat der hier oben noch was? Äh, ne. Dann, äh, bleib bei den Kovac-Fans, dann komme ich rüber gelaufen. Mhm. Okay. Vielleicht bringe ich auch noch ein paar Freunde mit, kann auch sein. Schauen wir mal. Die Kovac-Fans sind ganz oben gewesen, ne? Ne, äh, links unten. Also über den, äh... Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Hallo, Herr Zombie. Ich habe einen Hase erlegt. Ich bin so stolz auf dich. Was hat der Hase dir getan, wenn ich fragen darf? Er ist weggelaufen. Oh, das ist also... Ist ja schon ein Grund, deinen Hasen zu töten, ne? So. Bin gleich da. Ich bringe ein paar Freunde mit. Ach so. Also genau. Sei froh, dass nur so wenige waren. Severus hat alle anderen finaliert. Okay. Das einzige, was wir machen könnten, ist halt momentan jetzt hier. Okay. Ja, vielleicht bei jemand anderem auch noch, aber... Der ist halt... Ja gut, ich war jetzt halt bei Kovac und bei den Brüdern und da geht es nicht. Also da war nichts. Und dann haben wir auch noch jemand, äh, Raymond. Raymond, da waren wir, glaube ich, fertig. Und der einzige, der immer noch einführt, ist der dann halt ganz oben. Mhm. Sex-Infizierte Höherstetöten. Ja. Mach's so... Mach's einfach so wie der Jäger im Bambi. Boah. Steht hier geschrieben. Ja. Hab's gesehen. Ach, das ist wieder schön. Ne, ich hab ja die neue Waffe dabei. So. Wir probieren das mal im Feiernbogen. Genau. Diese vollautomatische, oder? Mhm. Welche Waffe hab ich eigentlich? Ach so, ich hab noch den Sölden dabei. Gehen sie mal bitte hier weg, der ist geschlossener Gesellschaft. Der arme Controller. Das Leben ist hart. Besonders jetzt dein Controller. Aua. Ein Hirsch hab ich. Hirsch. Gute Hirsch. Hast du schon mal Hirsch gegessen? Mhm. Mhm. Und? Kann mich nicht mehr dran erinnern. Wie ich's gesch... Wie das gemuntet hat im Mund. Regelt hart in deine Bauchknappe. Das ist ein ganzer Hirsch. Hier ist ne Blume. Ah. Ah. Wie schön. Nein. Noch einen. Nein. Ja, wir müssen ja auch Blümchen sammeln. Also, er muss Hirsch töten. Und ich muss äh... Blümchen brummeln. Sag mal... Hast du spezie... Ja, du hast die speziellen Pfeile, ne? Mhm. Und spezielle Füße auch noch. Der wurde halt schon so geboren, der hat an Füßen, wo andere Hornhaut haben, so einen Stachel. Ist nur mutiert. Ja. Wir haben ihn lieb, wie er ist. Wir haben ihn in unsere Gemeinschaft geöffnet. Hm. Wenn du da schon gut allein kannst. Warum hast du mich eigentlich geweckt, dass ich mit soll? Ohne dich mach ich nicht. Du sagst, dass er in die frische Luft soll, ne? Sie sehen hier ein Zombie in seinem natürlichen Geburt. Ich geh mal in eine andere Richtung. Okay. Ich hab' mal ausgefunden. Haben wir weitere Plume. Plume. Weißt du, die, 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 äh, hier. Die Badezimmer von denen, das sind einfach nur, äh, die, die, die Badewand von denen. Das ist einfach nur so ein, so ein Viereck, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es ja kein Banner, vielleicht ist es ja vielleicht nur ein Duschraum. Ja, aber trotzdem... Äh, nein. Nein. Nein, nein. Die ganze Wasserflasche gefunden. Und im Inner aber. So. Weiteren Hirsch. Hirsch. Plume. Plümchen. Plümchen. So, und heißt der nächste Planet. Hehehe. Aua. Aua. Oh, mein Magen. Ja, dann wär's nochmal grad zu essen. Ja, wär mal nicht schlecht die Idee. Okay. Hast du aber nichts zu essen dabei, ne? Mhm. Außer wieder ungesunde Schokolade, ne? Ich kenne euch, Jugendliche, doch. Ihr habt immer nur Schokolade und Energy Trinks. Nur immer der Energy Trinks. Er ist ja gesund. Bitte? Der Körper braucht auch ein bisschen... ... was Süßes. Wenn du Schwung brauchst, kriegst du einen Arsch. Einen Schwung? Mhm. Bekommst du auch Schwung. Wegen Energy. Achso. Wenn du was Süßes brauchst, dann kriegst du Lack... Oh, ein Hirsch. Au. Au. Mr. Hirsch. Mr. Hirsch. Ein Hirsch ist kaputt. Okay, schön. Können Sie mal bitte weggehen, danke. Stimmt, da will man einfach nur in so einem verlassenen Sumpf mal baden, dann kommen die ganzen Schnappen. So. Oh, drei Blumen und zwei Hirsche. Achso. Ich brauche andere Waffe. Ja, weil die Blumen greifen an. Sie stirbt. Oh, 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 oh. Ich habe das Gefühl, sie möchte nicht sterben. Ich werde sterben. Nein. Okay. Okay. Habe ich alles alleine gemacht. So. Kann man gehen, oder? Ja. Okay. Alles klar. Dann ab nach draußen. Am Ende musste ich noch meine Waffe zücken. Zwei Hirsche und dann noch eins, zwei Zombies, glaube ich, oder so. Du bist immer so gewaltverherrlich. Vollverherrlich. Das ging nicht anders. Der Bogen hat einfach zu wenig Schaden gemacht. Du hättest mit den Blumen reden können. Die hätten dich nicht angegriffen. Was für Blumen? Du hast gesagt noch Blumen. Zwei Hirsche haben mich angegriffen. Keine Blumen. Ja. So. Gut. Abgeschlossen. Was gibt's noch? Die Verbanter. Oh. Ja. Oh, das ist Level 20. Da täte ich aber an die Schusswaffe davor kurz ausrüsten. Mhm. Da kann ich mal vorlesen. Oh Mann. Die ist ja sowas von eingebildet. Bitte was? Für wen hört sie sich eigentlich? Bitte was? Und für wen ich da rede? Ich rede von meiner Rekutinnen, die sich anscheinend für schlauer als das ganze Rest der Welt hält. Was hast du mir die Anzeige weggemacht? Redest du auch wieder böse von mir. Was sie gemacht hat? Sie hat gesagt, wir wären eine Bande von Nullen. Ja. Okay. Können wir untermauern. Dass wir keine Ahnung von Überleben hätten. Kannst du dir das vorstellen? Sie hat sogar die Frechheit besessen, zu behaupten, wenn du nicht wärst, würden wir überhaupt nichts zustande bringen. Verstehe mich nicht falsch, aber wir kommen uns sehr wohl ohne dich zurecht. Und vor allem ohne sie. Ach ja, sie ist übrigens abgehauen. Sie tut zwar immer so neunmal klug, aber ich bin sicher, dass sie ganz schön Probleme hat, ohne uns zurecht zu kommen. Ich würde sie gerne sehen, wie sie mein Überlebensheldin-Programm kritisiert hat. Es ist, es jetzt schafft, sich was zu essen zu besorgen. Glaubst du, du könntest mal nachsehen, ob sie richtig gut auf die Nase gefallen ist? Das würde ich doch zu gern, das wüsste ich zu gern. Und überhaupt wird ihnen das eine Lehre sein. Ein besseres Camp, als uns unsere Genehmliche nirgends finden. Ich könnte natürlich auch selbst machen, aber ich kann für diese Geschichte schließlich nicht meine ganzen Pflichten vernachlässigen. Holst du für mich die Information ein? Ja, mach ich. Ich rate dir dabei zu Vorsicht, denn ich habe gesehen, wie sie eine ziemlich gefährliche Ecke des Weides gegangen ist. Immer diese blöde Angeberei. Okay. So, du bist schon vorgegangen, mal bitte, typisch. Ja, ich bin der Hals ist der Hals. Ja. Dann spring mal hinterher. Befrag hier nur die Leute. Die Leute von heute? So. Weißt du, ich befrag hier nur die Leute, ob die die gesehen haben, ne? Mhm. Und das ist der Dank. Mhm. Dann, dann, dann mach doch deinen für so Matenten-Kack hier alleine. Ich glaube, es geht los hier. Mhm. Oh, oh Gott, oh Gott. Ich habe einen Hals erwischt. Das ist doch schön. So ein Pelikan. Ah. Ah. ginn. Ja. Sag mal, du darfst nicht sterben. So, ich habe Lebertrank. Du würdest ja auch mal welche mitgeben. Ja, ich habe auch welche. Ja, da ist doch schon der Hirsch. Ähm. Wasserflasche. Hier, Leber. Meine Herren. Kommt Bambi hier angesprungen. Brauchst du Hilfe? Äh, äh. Okay. Bin ich jetzt in Außenrum glauben? Ich bin Außenrum glauben, okay. So. Gemeinsam sind wir stark. Das denken die sich auch. Dick und dick. Jod, ich nehme an, du hast die Frau noch nicht gefunden. Ne. Ist ja traurig. Hm. Wie ist denn mit dir los, Hase? Ich verstehe das nicht. Ich möchte hier doch noch friedlich durch und. Es wird mir einfach nicht vergönnt. Das sagt ganz. Oh, da kommen ja ganz viele. Ach du Scheiße. Ja, da kommen wir mal ein Schildkröte. Hast du 10 Millimeter? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wow. Dann wird die Kröte. Hm, hm, hm. Du musst mich heilen. Okay. Jens, kröterig ist weg. Nee, okay. Ich kann die Kröte nicht kaputt machen. Hast du 10 Millimeter oder sowas? Nee, nee, nee. Dann müssen wir rennen. Komm, lauf. Bis wir ein Haus finden, wo wir sie wieder einsperren können. Hm. 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 Ach, es geht doch nicht. Also, ich muss jetzt einfach mal so ein paar Schuss mit 10 und immer so eine Waffe dabei haben. Hm. So. Da ist ein Haus. Ah. Da ist ein Haas aus Recht. Oh, mich hat's erwischt. Oh, mich hat's erwischt. Lauf. Beeren ist das jetzt nicht klar, ne? Kann halt nicht helfen. Ja, das ist alles gut. Alter. Komm, lauf da hoch. Komm, lauf da hoch. Ist der Bär tot? Ja. Ja. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Also Shitkot kommt hier nicht hoch. Ah, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie hoch. Jetzt kommt sie hoch. Da oben ist aber doch das Symbol. Ja, ja, ja. Doch, 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 hier ist die Frau. Oh, dann macht das schnell. Jaaaa. Muss nochmal runter. Energie sammeln. Wenn du möchtest, kannst du zum Camp zurückkehren. Nee, kann ich erst gar nicht, okay. Nee, kann ich nicht, weil der Gegner bei mir in der Nähe ist. Muss jetzt noch ein bisschen rennen. Muss jetzt noch ein bisschen rennen. Nee, bringt ja nichts Klasse. Schieß nicht drauf hin. Ich dachte, ich länge sie vielleicht ab. Achso. Ja komm, lass uns zurück. Wir laufen jetzt gleich zurück zum Haus und dann sind wir sicher. Ja. Okay. So, jetzt kann ich. Ich habe abgegeben. Ich auch. Nice. Ja, die Frau, die hatte genügend Vorräte. Mhm. Jetzt nicht mehr, oder? Hatte. Nee. Hast du alles geblendert? Ich habe es mir geliehen. Ah, okay. Geliehen. Ist jetzt geschenkt. Ah, okay. Macht ja auch nicht jeder, ne? Mhm. So. Haben wir abgeschlossen. Nice. Oh, die ist jetzt auch da. Ah, die Frau. Mhm. Oh. Okay. Okay, den haben wir auch abgeschlossen, Kovac-Fan. Okay, den haben wir auch abgeschlossen, Kovac-Fan. Echt? Ja. Ach, den haben wir auch abgeschlossen, Kovac-Fan. Ah, das ist der Künstler, halt. Okay. Hallo, ich glaube, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber ich habe schon viel von dir gehört. Du bist gekommen, um mit unserem Boss zu trainieren? Also. Bestform. Okay. Fergereise. Okay. Ein anderes Objekt. Charakterstufe 21. Könnte man machen. Muss ich mich aufleveln. Mhm. Das sollte eigentlich genug Punkte haben. Ja. Ich möchte jetzt sagen, könnten wir nächste Folge vielleicht machen. Mhm. Okay. Dann können wir zurück. Zurück? Zurück? Aufs Camp gehen. Mhm. Guten Tag. Guten Tag. Warum, warum ist hier kein Durchgehen? Warum ist hier auch kein Durchgehen? Was ist das hier für ein Schweinespiel? Dann rennen wir halt. Ich habe in den Maasen gerade einmal nur nachgelatscht. Mhm. So. Dann hier hin. Und dann kann ich auch für hier zumindestens... Na, auch eine. Hm. Der andere weg ist vor uns. Der hat halt Respekt vor dir. Ich will mitmachen. Nein. Das ist mein Spiel. Okay. So. Jetzt hier mal wieder hier. Und, äh, ja. Wir können erstmal alle Mögliche hier reinmachen, was man, äh, nicht so braucht. Hm. Hm. So. Das ist das und das und das und das. Das hier kann rein. Und das hier. So. Und dieses. Und das hier. Hm. Das hier noch. So. Dann, wenn du fertig bist... Oh, hier ist eine rote Blume. Hm. Die hab ich da angebaut. Ja, so, so. Du hast... Hast du ihn wirklich gepflückt? Hilfe, mein Pipi! So ein Monster. Heizpflanze raus. Schokoriegel raus. So. Das noch raus. Große Fleisch hab ich noch. Und Schraubendreher. Ja, mach mal. So. Okay. Gut. Hih, 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 hih. Ja? Ja. Nix. Gott. Ich stehe normal... Auf dem Boden, ne? Ja, aber durch das Menü-Einführung hebst du die Hände hoch. Ach so. Okay, aber ich stehe sonst normal auf dem Boden, ne? Nee, am Feuer. Okay. Aber jetzt stehe ich normal auf dem Boden, ne? Nein. Aber ich müsste doch auf dem Boden stehen. Bei mir stehe ich auf dem Boden. Ja. Ist so schlimm. Jetzt, ja. Stehst auf dem Boden. Jetzt hab ich das Menü auch geschlossen. Hahaha. Ähm. Guck mich doch mal an. Okay. Gut. Dann haben wir das. Ähm. Ja. Ich würde sagen, für heute war es das. Das reicht auch wieder. Wir sind aber hier mal wieder gut weiter vorangekommen. Mal gucken, was uns weiter ergibt. Ja. Schauen wir mal, ne? Ich tue erstmal was zu essen holen und was zu trinken. Dass ich wieder auch gut fit bin für die nächste Folge. Und ja. A. Und euch Dankeschön fürs Zuschauen. Genau. Tschüss. 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 Tschüss.